Sonst muss ich gleich einfach fucking trimmen und darauf habe ich gar keinen Bock. Sonny, renn! Renn, renn, renn! Ich schütte. Einfach alle stehen bleiben. Bitte. Ja, ich weiß. Einfach stehen bleiben. Scheiße, ich habe noch einen Silencer drauf von PvP. Das ist erstmal egal, Degar. Ich spiele jetzt auch noch eine Tische auf Jans. Degar, du kannst keine Runde Clash of Clans spielen. Doch, habe ich auch. Wenn nicht so bald wieder spawnen, dann ist es weg. Boah, Degar, ich habe auch noch voll auf PvP-Sound. Hilfe. Ja, ich auch. Ich sterbe gleich hier. Hilfe. Mein Ohr ist hier gespringt worden. Ja, ich weiß auch. So, ich muss dann den Aussatz gleich ändern. Los, renn. Boah, ich muss gerade so wieder reinkommen, ey. Scheiße. Warum geht die Nisch? Degar. Super. Er schützt durch die Mine. Und... ...und... 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 Fakt gegangen, hab ich denn jetzt hier meine... Settings scannert? Wofür? Ich hab zu viel Recall, ich kann den nicht kontrollieren Was spielst du denn für Aufsatz auf der Helion? Ich hab überhaupt keinen Rückstoß Ich spiel Ironside mit... Warum hab ich jetzt hier so einen komischen Anhänger dran? Oh... Oha, da ist aber eins noch runtergefallen Hä, mit was für einer Sinti hab ich denn vorhin gespielt, Digga? Also auf jeden Fall nicht mit der, weil... Damit komm ich ja gar nicht, wenn ich da so... Ich weiß jetzt nicht, Digga, ich hab's glaub ich gerade eben für Rank umgestellt Ah, warte, ich hab ja... Hey... 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 Activate... Let's go 99 Kills mit Gold Helion Das ist so ein Artlauter, wie auch immer das ist So ein Vogel Ich mach nicht so viele Kills, damit ich die Waffen noch lange spielen kann Hahaha Du kleiner Waster Das ist jetzt deine Main-Waffe für immer Fast für immer Bis ich den Banner hab Einfach weiter, komm Ja, try my best, Digga Oh shit, Digga, ich will in der Ruhe untert Stark Oh, 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 Digga Überlebe ich... Ich glaub ich stürze jetzt... Du stürzt am Fallstamm Ich sterbe deswegen im Fall Ich hoffe nicht Ich laufe einfach in Doppel Okay, ich werde... Jetzt wahrscheinlich sterben, Digga Dreh der Rass mich nicht sterben Okay, nice Cool Cool, ich glaub ich hab jetzt grad nur 200 Kills Wenn man noch schießen schneller Ich sei denn, man hittet die Granaten Ich glaub dann ist die Granate schon schneller Activating Fertig Warte doch ruhig Ich muss noch immer mal eine Flash rein machen Egal, der volles Smoke auf Ein Smoker Oh, ja, ich hab's geschafft Zero, das Digga Ich auch Wir sind aber langsam, oder? Ich glaube sogar hier ist besser nicht zu coinen Die gleich Denkst du wirklich? Ja Er hat wieder am Coin wird nicht Dann verlieren wir jetzt zwei Sekunden Hör doch einer Doch, nehm Wenn meint er nicht sterben Cool naja, dann hätten wir ja sterben können uiuiui, Länger ah, warte, ich war noch ein 2 ich hab, ich hab ja, dann schießt einer von denen die 2 haben geil, Alter, keine Gegner haben alle? ja, Digga, alle haben let's go jetzt so nicht verfehlen cool, einer ist daneben der hat 3 Stücks sind daneben geflogen oder so wir spawnen doch, genau und aufheben vielleicht auch noch super, weiter das ist so geil naden wir alle direkt das Ding oder nicht, Digga, eigentlich? nein, wir naden nicht ja, ok ja, aber ich nade halt immer wenn wir drauf zulaufen weil die Granaten existieren eh bevor wir dort sind jo, nicht koin, Digga, wir sind auch irgendwo etwas schneller, obwohl ja doch du bist hier gespawnt perfekt, Digga ja, ich weiß aber auch nicht warum ja, okay, ist irgendwo ein Tool runtergekommen, oder? aber Digga, gar keine Gegner ja doch, einer ich mach 0 das, Digga Digga, wirklich ich glaub diese Retali tor portion ist die schwerste Mission kann das irgendwie sein digga, ich hab NikiPalf, Digga der hat einfach fucking solo eh Sunrise gemacht ja, Digga, besser nachschliessen äh und Digga, der hat auch irgendwie 12 mal gekoint bei RetaliTation Digga Das ist wie jeder aus seinem Team Du musst halt übelst durchkommen Scope wechseln Ja, Digga, alles meine Schuld, ne? Weil das fucking zwei Bälle sind Und ich nicht meine... Äh, ich 15 Schuss brauche für einen Und deswegen konnte ich nicht nachladen Weil das eh schon dann so weit unten war Und was weiß ich denn Was habe ich vorher? Ja, natürlich habe ich das Aber es dauert trotzdem lange Vor allem wenn der fucking in der Luft ist Oh 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 Digga, man sieht halt wirklich irgendwie nix Also ich sehe nicht wo ich ganz genau entschieße Oh Ich sehe noch nicht vor Aber lasst man den letzten alle vorgehen, Digga Nein, nein, nicht alle ja im mädchen man verkackte aber nicht zu zweit ja genau das dachte ich bei mir auch das dachte ich bei mir auch dass einer meinen scheiß kugelmann scheiß ball macht ja ja Kommt. Kann ich nur Feuer- und Blutrednern kommen, bitte? Dann habe ich noch 5000 Kills frei Er ist von ganz hinten Oh Gott, oh Gott Ich habe gerade nie wieder Coins, wenn einer stirbt bei so unnötigen Stellen Wie Mammut, die Stelle, wo noch? Am Ende von den Kugeln, bei dem ersten So Zero Death, here we go Jetzt liegt alles an dir Der ist für Oh Er hat es geschafft Herr Ben kann theoretisch wirklich sie übermachen, oder? Weil er kann Natürlich kann ich sie an sich machen Also nicht verkacken, ne? Wo waren sie vorher? Keine Ahnung Da gab es für 15 15 dicker Wo lebst du denn? Hm 1830 Mö 1830 Mö 15 Mö Von 15 2 2 3 Ja, ich hab null Amore Dann kann ich auch lieber Digga, ich kann jetzt auch nicht jeden Bot machen, ne? Ja Und mit soviel Macht, dass du nicht sterben hast, oder? Ich traf den Bot nicht, oh Gott Geil, Digga Einfach nicht in der Nähe vom Schiff fallen, Digga Ja Hat da einer daneben geschossen Ja, okay Weg vom Schiff Ja, ich hab dich früher, ich bin besser Ja, okay Komm, Digga Komm, Digga Spawn Warum sporn die Rockets nicht länger? Weil alle gegner getötet werden müssen Ja Digga, aber niemand mit einem rechtern Daumen fühlt sich so komisch an Oder mal ne rechte Hand Man nennt mal ne linker auch Okay, aber jetzt hat jeder schon mal ne Rockets für das nächste Dings, Digga, das ist der Vorteil Wacht mal okay Keinen Zero left Egal, Digga, geht eh um ein zweites, nicht um seo Jeder hat zwei, jeder hat zwei, Digga Oh mein Gott Weil die Digger, die haben das in die Maul aufgucken Cool Digger, wenn ich jetzt gleich nicht mehr... Äh, jetzt kann man mich... Du hast schnell genug nachgeladen Du hast schnell genug nachgeladen Jetzt kann mich irgendjemand holen? Wohin, du hast schnell genug nachgeladen Ja, das ist doch perfekt Okay So drauf achten, dass wir vielleicht direkt alle einlocken Beziehungsweise zwei fürs nächste haben Ja, hab ich Ja, okay Jo Also ich hab jetzt zwei fürs nächste Alter, legt Okay, geht nach vorne drücken Ja So Digger, jeder... Direkt schießen und danach tulpen, okay? Nach dem ersten Schuss tulpen Und nach dem nachladen, Leute Okay, warte, schlade nach Jo, warte Kommen, glaub ich, ein paar Bots durch Jo, einer kann mich gingen Mach ich hab zwei Jo, ein Bot ist bei Astar Das kann mich ja erklären Ja, warte Warte Warten, bis die Artillerie schießt, bevor wir zum Boot gehen Jo, schießt Und ich bin fast gestorben Nee, kann ich Okay Ja, wartet Wir brauchen... Und wir brauchen auch... Jede ein Rocket noch Glaub ich schon Oder halt... Mindestens ein Rocket Okay Warte, ein Schuss kann noch geschossen werden, gell? Ja, ja Zwei Schuss noch Ich schieße, okay Ich schieße ein, jetzt Okay Ich will oder... Ich hab keinen zweiten gefunden Da sind... da liegen noch... da liegen noch... Ja, ich hab... Nein Okay Alle dort Ja, also... Ich glaube, wir sind nicht mal schneller, oder? Doch Natürlich sind wir schneller Aber das Ende dauert übelst lange, Dinger Also jetzt halt bis es zum Ende geht Komm, Rockets holen, äh... Kugeln rein Natürlich Oh... Alle Turtles töten, dann geht's schneller Dann geht's nicht schneller, das ist genau das gleiche, oder? Ja, aber dann hat man wenigstens Zeitvertreib Ja, noch schneller Lass wir mal machen, das ist noch schneller möglich Cool, ich sitze, sitze, sitze dort erstmal so rum, Dinger Bei mir machen alle was normales Hallo, ja, ich sehe nur mich, Dinger Hier, so rein und tot Dinger, ich glaub, ich wollt' ne Runde im Allspiel Pfff Wieviel haben wir eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht Sehen wir jetzt gleich bei Zeitkrone Ich glaub ich auch Oha Boah, Dinger, komm, unter 18, Dinger Wir müssen unter 18 Wir haben beim Heli ein bisschen gefehlt, Dinger Zyklinder Dinger, Rush in the Mars, so ein Mongo, Dinger 1814, Dinger Nein, Dinger Nein, Dinger Wir nehmen lieber keinen fünften mit, Dinger als ihn, glaub' ich Sind wir schneller Ja, mehr, das ist noch besser, Dinger Weil Dinger eigentlich eh gleich Ja, aber also, wenn ich den anderen finde, bitte nicht Dinger, wen denn? Den findest du dann, der genau wie lieber Dinger, also Rush in the Mars Bude Ja, definitiv, oder? Einziger, Dinger im Kacken Ja, Just Itachi wäre online, der hat eine normale Heli, you know Dinger, ich kack auf Just Itachi, Dinger, der ist hit Dinger Was? Ja, der ist Nächster